Moin, mein Name ist Nico der Profi, herzlich willkommen zurück zu ARK Storytime. Wir respawnen mal hier beim Schlafstag. Ungelogen, ich bin sehr traurig darüber, was in der letzten Folge passiert ist. Ich hab tatsächlich springen gedrückt, aber man bleibt manchmal so ein bisschen hängen, einfach hab ich das Gefühl bei ARK. Das einzige, was wir suchen können, ist dann wieder reinzukommen und dann angeln irgendwie. Man kann Inventar auf jeden Fall angeln, das weiß ich. Und ich würde sagen, wir versuchen tatsächlich erstmal reinzukommen, wir laufen einfach erstmal so rein. Wir brauchen unseren Stuff wieder, das ist ja wohl das Mindeste, nachdem Skipper jetzt da gestorben ist. Ich meine, das Artefakt ist da, wir brauchen das zweite Artefakt. Okay, wir müssen doch einfach schnell in die Base zurückfliegen und mit schnell meine ich sehr, sehr schnell, weil das Zeug, also unser Inventar liegt ja genau hier. Da kommen wir ja nur nicht ran, weil es halt in der Lava liegt. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Köder, damit wir überhaupt angeln können. Ich hoffe, wir kriegen das Inventar. Ich hab das mal in dem PvP gesehen, dass man das macht. Ich versuche das auf jeden Fall auch. Wir müssen das Inventar wieder bekommen. Das ist das Mindeste, was wir jetzt tun können. Und dann muss natürlich Skipper auch noch irgendwie was Besonderes bekommen, weil Skipper war einfach, hey, Skipper, man. Ich dachte, das könnte der Dino werden, der ich das erste Mal wirklich auf Maximallevel irgendwie trimmen kann. Ich hab nämlich noch keinen einzigen gepackt in der ganzen Zeit, in der ich ARC spiele. Leider nein. Das macht mich echt, ich war selten so traurig. Ich bin wegen dem Videospiel traurig, zum Beispiel gerade von Fertig, weil ich wusste irgendwie, es kann schief gehen. Ich war vom ersten Sprung gehypt, aber dachte auch irgendwie, es geht bergauf, es ist eine dumme Idee. Ich wollte aber auch nicht diesen einfachen Weg wieder rausnehmen und einfach zurückgehen, weil das wäre irgendwie auch low gewesen. Und dann passiert leider genau das. Skipper hat jetzt Platz gemacht für den nächsten Wolf, der uns helfen wird. Das heißt, wir nehmen uns auf jeden Fall einen mit. Ghillie-Suit habe ich leider keinen. Vielleicht kommen wir mit einer Rüstung auch ganz gut klar. In der Strohrüstung zum Beispiel. So, das Gute ist schon, wir konnten uns noch einen Ghillie-Suit leisten. Das heißt, uns wird auf jeden Fall dann nicht zu heiß sein. Leider haben wir aber nicht mehr genug Metall, um jetzt einen Harz-Sammler zu machen. Wir brauchen nämlich entweder Harz oder das Blut von einem Blutegel. Als Köder für die Angle und ich hoffe, wie gesagt, dass das klappt. Es wäre, wie gesagt, das Mindeste, die Sachen jetzt wieder zu bekommen. Harz sollte nicht so das Problem sein, wenn wir dann einen Harz-Sammler haben. Wir werden einfach über den Redwood gehen und ein bisschen was sammeln. Ich hoffe, das geht relativ schnell, dass es da rauskommt. Der große Vorteil, den wir ja haben, ist einfach folgender, dass wir diesen grünen Todesstrahl haben und dadurch einfach genau wissen, wo wir auch hin müssen. Wir werden ein bisschen zielen, sollte das werden. So, das Metall wird jetzt mal hier durchgezogen durch die Industrie-Schmelze. Es sollte auch relativ schnell gehen, damit wir dann tatsächlich auch diesen Harz-Sammler erstellen können. Und ich würde mal sagen, hier ist eigentlich ein ganz guter Platz mit guter Aussicht, um ja auch mal einen Grabstein hinzusetzen. Ist der erste, wir haben natürlich schon ein bisschen mehr verloren, aber wir werden jetzt mal für Skipper hier was draufschreiben. Ha! Der Tech-Pfarrer wurde jetzt endlich mal gekillt. Wahnsinn, nice. Ich glaube, das reicht. Was soll man noch großartig draufschreiben? Das war einfach Skipper. War einzigartig. Wir haben nicht so viel Platz. In diesem Sinne, Skipper, war schön mit dir. Aber jetzt müssen wir auch mal ein bisschen die Stimmung der Folge kippen und das heißt jetzt für einen von euch beiden, und zwar für den Level 165er Kowalski. Du bist soeben aufgestiegen. Mit dir werden wir als nächstes da reingehen in die Höhle. Und eventuell sollten wir uns dann nochmal 9 Wolf tatsächlich ziehen, weil Skip hatte 6700 Leben. Kowalski kommt gerade mal in die 4K ran. Und wenn wir mal sehen, dass wir schon teilweise 3000 Leben da verloren haben eben, dann werden wir dann mit ihm auf jeden Fall nicht so weit kommen. So, es kann losgehen. Wir gehen jetzt mal in Redwood und sammeln mal Harz ein. Ich hoffe einfach, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich glaube, drei Stunden Zeit haben wir insgesamt, um den Marker aufzusehen. Jetzt ist hier noch ein Alpha-Kanon direkt vor der Base. Das schreit eigentlich nach Sniper-Action. Brauche ich jetzt wirklich eine Plattform dafür? Ich werde jetzt wohl hier keine Plattform oder Dings erst so eine Plattform setzen müssen, oder? Eine Plattform kostet 1800 Metall, das ist... nein. Ich bin so dumm, ne? Wir können die auch einfach aus Holz machen, die Plattform, richtig? Richtig. Wir gucken mal eben die Holzplattform an. Das ist aber auch nicht euer Ernst, oder? 600 Zement, 200 Metall, 1600 Holz. Das ist schon nicht ohne. Vor allem machen wir aktuell die 200 Metall Kopfschmerzen, weil wir einfach nicht so viel haben. Es ist sehr, sehr viel leer gefarmt worden. Zement hätten wir auf jeden Fall noch genug. Dann fliegen wir nochmal los und versuchen eben nochmal jetzt Metall zu bekommen. Weiß halt langsam nicht mehr, wo ich gucken, so nach Metall. Der ganze Vulkan ist leer, samt Weg, der Berg dahinter ist leer. Noch ein anderer Berg ist leer, alles ist leer. Ich habe einfach alles weggefarmt, was irgendwie ging. Der Singleplayer kommt halt mit dem Nachspawn irgendwie nicht hinterher, obwohl ich jetzt schon wieder ewig hier spiele, was mich halt wundert. Gibt es aber manchmal eben diesen Bug, dass es sehr, sehr lange dauert. Was in der jetzigen Situation natürlich sehr, sehr blöd ist. Wir brauchen aber 120 Metall nochmal dazu. Das sollten wir schaffen. Irgendwo werden wir schon 120 Metallhäuser auftreiben. So, 327 sollten auf jeden Fall reichen. Let's go, zurück zur Base, Holzfarm, Baumplattform bauen, Harz zapfen. Harz hoffentlich schnell herausbekommen und schnell zur Höhle zurück. Ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt die Sachen nicht wiederbekommen, dann bin ich auch wirklich sauer. Da merkt man eben, dass mir da auch noch die Erfahrung fehlt in Ark, weil die Höhlen habe ich noch nicht so häufig gemacht, beziehungsweise die jetzt auch erst zum zweiten Mal. Es lief sehr, sehr gut und es war nicht heiß, es war gar nichts. Und dann tatsächlich eine falsche Entscheidung. Und so schnell kann man dann eben die Sachen auch wieder verlieren bei Ark. So, das war dit. Dann war Zapfhahn anschließend. Jetzt ist nur die Frage, wie lange dauert das? Was wir aber in der Zwischenzeit mal gucken können, ist folgendes. Angeblich sollte Otter Artefakte tragen können. Nice. Das einzige Tier jetzt hier in Ark, das Artefakte sammeln kann, tragen kann. Nehmen wir gleich mit. Dann können wir nämlich direkt das zweite mitnehmen. Sollten wir jetzt bei jedem Ding mal irgendwie mitnehmen. Harry Otter passt dann auf die Artefakte auf. Sehr nice. So, wir haben fünf Hearts. Die Angel ist mit fünf Hearts geladen. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los. Der Otter ist dabei. Der Ghillie Suit macht, dass ich die Karte gar nicht mehr sehen kann. Nice. Und versuchen das einfach mal. Vielleicht klappt es ja auch gar nicht. Ich hoffe natürlich, dass es klappt. Ich habe auch nochmal geguckt, ob ich ein Tutorial dazu finde, wie man Items halt aus der Lava rauscashen kann. Ich habe aber leider nichts gefunden. Und erstmal habe ich den Kowalski vergessen. Und zweitens braucht man keine Angel. Man braucht Grappling Hooks. Irgendwie dachte ich, man braucht eine Angel, weil das das ähnliche System ist. Man kann einfach seinen toten Körper rausziehen. Ach, Leute. Manchmal, manchmal fehlen da einfach zwei Drähte, die nicht richtig im Kopf oben zusammengehen. Keine Ahnung. Denn neben uns, ich des Grappling Hooks, hoffen, dass wir mehr Zeit als eine halbe Stunde insgesamt haben. Sonst erinnere ich mich wirklich doppelt und dreifach, weil es da wieder mal ein Fehler war. Wo sind jetzt die Grappling Hooks vorne in der Sonne? Jetzt ist aber gleich die Feierabend, ja. Wie komme ich denn auf die Idee, dass ich dafür eine Angel brauche? Das ist irgendwie so... Ich habe zu viel Minecraft geguckt oder so, aber irgendwie dachte ich... Wir haben jetzt vier Versuche, mit dem Grappling Hook die Leiche zu bekommen. Wir schauen mal. Kann man theoretisch... Das versuchen wir nicht. Wir fangen erst gar nicht an. Ich wollte gerade fragen, ob man theoretisch mit der einen Armbrust sich an eine Wand rangrapplen kann. Dann die Armbrust wechseln, mit der Armbrust dann das hier, die Items holen und so. Das wäre zu krass. Außerdem habe ich den Otter irgendwie im Nacken. Da möchte ich nicht unbedingt jetzt noch dann mich an der Wand hängen über Lava. Nein, Harry Otter. M-m. Koboldsky ist so ein guter Junge. Er bleibt einfach stehen, wenn ich ihn absetze. Nicht so wie Skipper. Ja? Skipper, vielleicht war es ja auch deine Schuld, dass du gestorben bist. Gar nicht meine. Eigenwilliger Kopf. Bist du einfach nicht abgesprungen, als ich springen wollte. So ein Ding ist das doch vielleicht. Kann das sein, Skipper? Man weiß es nicht. Also wir laufen jetzt schnell durch. Lassen den Megalosaurus da mal rechts liegen, beziehungsweise links liegen. Jetzt muss ich nur den gesamten Weg hinfinden und nur Koboldsky nicht verlieren. Da ist jetzt ein Gelber Drop. Da ist ein Gelber Drop. Skipper hat noch was hinterlassen. Mal sehen, was Skipper hinterlassen hat. Was hat Skipper hinterlassen? Sehr gut, Skipper. Oh, ein Sattel. Ein lila Parasaurus-Sattel. Für Günther. Für Günthers Kinder. Man weiß es nicht. Ehre! Ein absoluter Ehrenwolf, dieser Skipper. Los, Koboldsky, du schaffst das. Koboldsky, ich glaube an dich. Ich habe so Angst, jetzt zu springen, weil ich es jetzt letztes Mal komplett verhauen habe. Wir sind das letzte Mal genauso angelaufen. Ja, früh springen ist, glaube ich, das Stichwort hier. Ganz früh abspringen, da springt er eh weit. Und nach oben nicht versuchen. Einfach nicht versuchen, nach oben zu springen. Radefakt ist wieder da. Wir holen uns erst die Items wieder und dann das Artefakt, würde ich sagen. Weil dann haben wir noch ein paar Grappling-Hooks mehr. Das ist nur die Frage, wo ich langgelaufen bin, ehrlich gesagt. Oh, nice, man. Oh, jetzt ist die Frage, wie tief ist die Lava hier? Wie finde ich das denn jetzt raus? Alter. Alter, alter. Wo ist mein Todesstrahl denn jetzt hin? Da. Och, Kinders. Wie komme ich denn jetzt am besten hier weg? Ich muss jetzt mein Leben regenerieren. Ich habe jetzt noch zwei. Ich habe, nö. Ich habe im Prinzip einen Versuch jetzt noch, um das Ding rauszubekommen. Weil ich muss jetzt mich lösen, dann nach oben schießen. Ich kann jetzt hier nicht sterben. Ich darf jetzt hier nicht sterben. Skipper ist hier unten. Harry Potter ist hier unten. Zum Glück habe ich ihn gerade abgesetzt. Ich muss jetzt Leben regenerieren. Kann ich essen, wenn ich hier hänge? Weiß. Ja, ich werde sterben. Ich regeneriere kein Leben. Ich habe zweimal Damage bekommen. Ich habe zweites Leben verloren. Wenn ich jetzt löse mit C, dann braucht er einen Moment, bis er wieder neu sich... Let's go, let's go, let's go. Was will er machen? Krieg ich Damage mit Down. Das ist doch zum... So, da sind wir doch wieder. Diesmal ist... Wen haben wir denn jetzt hier dabei überhaupt? Wer ist denn der? Jericho haben wir dabei. Ja, ich habe einen neuen Enterhaken. Ich habe eine neue Taktik und wir müssen nochmal den Sprung machen. Ganz ehrlich, Hauptsache ich überlebe jetzt hier gerade mal. Sehr schön. Jericho, machst du deinen... Da stehst du deinen Jungs nichts nach. Das war sehr schön. Da ist die witzige Bande. Kowalski und Harry Otter. Und wir haben noch einen Game Drop hier. Natürlich. Safe. Oh, das geht Ceratops-Sattel. Meisterhaft. Oh, Jungs. Die Boots nehmen wir mal mit, aber das ist doch nicht euer Ernst hier. So, was hat der Profi jetzt gelernt in der Zwischenzeit? Gar nichts. Ich muss auch nochmal sagen, können wir uns nochmal ganz kurz... Können wir nochmal ganz kurz festhalten, wie low dieser erste Versuch war tatsächlich. Wie verdammt low dieser erste Versuch war. So, wo ist denn jetzt hier meine Leiche? Wie soll ich das denn jetzt... Das ist ja komplett random jetzt hier alles, ne? Ich sehe halt nichts. Das ist mein Problem. Vielleicht von hier oder so. An die andere kommen wir... Also, das ist halt maximal schlecht. Also, ich weiß, dass man das jetzt so macht. Das habe ich herausgefunden. Aber wie ich jetzt genau dann sehe, wo ich liege... Da ist eine Tasche, aber wir probieren das einfach nochmal. Oder was? Okay, das war definitiv nicht mein Körper. Wie komme ich denn jetzt... Ich verstehe es nicht, wie ich da jetzt herankomme soll, habe ich gesagt. Also, seid ihr bestimmt bei mir, oder? Dass da halt eine Tasche liegt. Aber das war es doch, oder? Toll, ich dachte, ich habe jetzt hier den Überplan. Also, hier liegt noch was. Aber da hinten liegt ja auch was. Weil da bin ich ja halt gestorben. Aber ist es denn einfach nur die Tasche, die da liegt? Aber ich ziehe mich halt wieder ran. Hm. Scheint noch nicht ganz richtig zu sein. So. Nach langem... Nach langem hin und her und tralala. Es gibt über S-Plus wohl so eine Transfer-Gun. Das heißt, wir können uns eine Kiste hier hinstellen und können jetzt versuchen, mit der Gun die Tasche zu erreichen. Und dann können wir alle Items transferieren. Das ist halt nur die Frage, ob wir durch die Lava durchkommen oder nicht. Aber theoretisch müsste da ja auch was sein. Also, die Tasche ist auf jeden Fall auch noch da. Aber sie ist schon sehr weit unten. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir die eigentlich erreichen können. Also, wir können ja mal ausprobieren, wie weit, auf welche Range halt die Waffe funktioniert. Aber dann wissen wir auch Bescheid, ob wir da überhaupt die Sachen rausbekommen können, theoretisch. Oder ob wir einfach gerade nicht treffen. Ja, da sind wir zu weit weg. Das ist gerade das Problem. Wir sind einfach zu weit weg. Weil theoretisch müsste es halt gehen. Ah, ich überlegte gerade, wenn ich mich jetzt da an die Wand hänge. Aber dann muss ich die Sachen ja in die Box transferieren. Ich kriege sie ja nicht an den Mann ran. Das heißt, ich habe einen Grappling-Hook. Auf jeden Fall zu wenig gerade. Das ist halt super ätzend. Denn da irgendwie mal das Richtige zu treffen, ist halt auch so eine Sache. Wir sind halt ziemlich nah an der Wand dran. Ich stelle mal die Box hier hin. Ich versuche jetzt einfach mal hier oben ran. So, jetzt hängen wir hier erstmal. Direkt unter uns ist im Prinzip die Tasche. Das sieht man jetzt schlecht. Da ist jetzt der Strahlen. Also, unter uns ist auf jeden Fall die Tasche. Man sieht das ganz, ganz schlecht. Irgendwo hier. Item-Speicher. Okay, 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 okay. Wo ist jetzt die Kiste? Das ist zu weit weg. Ich kriege die nicht angepult. Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wieder zurück auf die Armbrust. Wir lassen uns fallen und ziehen uns da vorne ran. Das müsste was werden. Ja, nein. Das ist der Item-Speicher von dem blöden Wolf. Oh, was für ein Troll. Was für ein Troll. Joa, so wie ich das sehe, können wir das knicken. Also, ich sehe da keinen Item-Speicher mehr. Normalerweise müsste unser eben auch viel, viel länger halten. Dann ist das so ein Hummus jetzt das Artefakt versuchen, irgendwie die Wölfe noch wieder rauszukriegen. Schade. Hier ist jetzt mal wirklich die Frage, ob ich damit einen Direwolf rüberkomme. Da muss man doch aufpassen, dass er nicht zu weit fliegt. Ich dreh durch, ey. Zumindest haben wir es jetzt zweimal, das Artefakt. Zumindest das. Das ist doch Wahnsinn. Wie soll ich denn da rüberkommen? Der springt doch gar nicht so hoch. Oder täusche ich mich? Vielleicht, wenn ich von hier springe oder so. Ey. Ich bin wieder gesprungen. Ich bin wieder gesprungen und es hat fast wieder nicht funktioniert. Dieses Spiel ist einfach unglaublich. Wir müssten das jetzt hier alles gar nicht haben. Zieht euch das mal rein. Skipper könnte noch leben, wenn das Spiel mal das vernünftig machen würde. Ich bin da gesprungen und es backt wieder so ein bisschen rum. Unglaublich. Ja, natürlich war es auch mein Fehler, weil ich da gesprungen bin. Nicht, dass er weiß, dass das Spiel so ist, aber trotzdem. Das macht mich wütend gerade. Das kann doch nicht sein. Jetzt zum zweiten Mal. Komm, let's go. Einfach nicht nachdenken. Zack. Sehr schön. So, ich habe wieder so ziemlich alles rausbekommen. Der Otter ist wieder da. Die zwei Würfe sind draußen. Skipper ist leider immer noch tot und leider haben wir nicht die Tasche bekommen. Ich dachte wirklich, ich mache da den Play des Jahrtausends gerade mal. Das wäre ja so nice gewesen, wenn das geklappt hätte. Aber irgendwie sehe ich die Taschen da nicht mehr und die Taschen sind gar nicht mehr da. Warum auch immer die Tasche von Skipper länger da ist und theoretisch müsste doch unsere Taschen noch da sein, solange der Marker angezeigt wird, oder? Ich weiß nicht, warum wir da die Tasche nicht gefunden haben. Ich müsste jetzt auf jeden Fall zurück, um dann nochmal Enterhaken zu machen und so weiter. Vielleicht mache ich das nochmal, aber nicht in der Folge. Ich weiß es nicht. Vielleicht soll es einfach auch nicht sein. Schauen wir mal, was dann in der nächsten Folge geht. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall. Wenn dir der Kanal gefällt, kannst du gerne ein Abo dalassen. Wenn dir das Video gefällt, natürlich einen Daumen nach oben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.